ja ich habe diesmal keine Spawns präpariert ich hoffe dass ihr nicht wenn ihr im Boden spawnt haben wir ein Problem Tobias hör doch auf den Scheiß abzubauen ich muss hier raus nein musst du nicht du musst doch nur warten Tobias sonst bist du alleine ihr seid Hasen ich hoffe ja kann echt sein dass ihr im Boden spawnt ich hoffe nicht oh frag ich muss da auch sind alle drauf du auch es fehlen noch es fehlt noch einer nee warte jetzt sind alle drauf richtig sieben Leute gut dann 3 2 nee warte ich kann nicht rein warte erst wenn du uns alle nochmal hier reinbringst ja bitte ja ich bin jetzt im Wasserhild ja ok es werden eh teleportiert alle ach so aber ich habe ihn fast tot funktioniert nicht aber das funktioniert eh nicht Moment her warum funktioniert das nicht oh cheats sind aus das funktioniert nicht hä warum funktioniert das nicht wie cheats aus sind ich musste mal neu ich muss mal kurz neu starten ich hoffe wir neu starten hm warte wo ist denn die wenn ja aber ihr macht keine befehle Leute what the fuck gut so äh im Laden öffnen ja warum ja wenn du möchtest kann ich dich killen aber du wirst noch nicht so viel verloren haben ja wenn du halt essen verloren hast oder so sieht es aus leute sechs leute noch einer fehlt minecraft schneller ja hier habe ich auch gesehen ich glaube ich will nur ein red star und alles ist so jetzt im moment sind alle bereit war da ich hab noch eins vergessen Ich bin noch immer draußen, oder? Ich bin noch immer draußen. Riccardo fehlt. Nice. Cool. Und Slash-Time. Set 13.000. Wir wollen ja immer Tag haben. Es sind Spawn-Mobs draußen. Ja, es ist Spawn-Mobs draußen. Guck mal, hier sind sogar Pferde. So, sind alle bereit? 1, 2, 1... Nein, ich bin nicht. Äh. Ich bin immer noch in der Lava, ne? Oh, Falschkoordinaten. Moment. Okay, warte, Max kurz, Manuel. Hm. Toll. Das ist natürlich gut gelaufen. Ach, der... Moment. Ja, theoretisch muss ich jetzt die... Ah, da! Geil. Scheiße, Moment. Warte, wer ist da? Nur nicht beginnen nach dem Teleport, Moment. Ich muss kurz wissen, das kann ich direkt machen. Ähm. Ich hab Schiss. Da, so, Laird wurde teleportiert. Wer ist hier? Noch nicht, noch nichts machen, Leute. Wurde antele... Nein, noch nicht, nur... Nein, du musst warten. Musst warten, ja. Wasser. Ja, du kannst schon mal wegschwimmen, du kannst schon mal wegschwimmen. Kannst schon mal wegschwimmen. Ah, ich bin im Boden. Echt? Ja, ich bin im Boden. Alles klar, dann mach ich euch mal ein bisschen höher, Moment. Ja, wir sind aber schon tot. Ja, ist okay. Ich bin in Game Mode 3 gegangen. Warte, ich mach euch mal ein bisschen höher. Ich bin da. Ich hab's geschafft, den Block abzubauen, in dem ich war. So, 80 und... Ist alles super. Wir sind Schweine da. Äh... Ey, noch nicht töten, Leute. Also noch nicht anfangen, ne? Wir sind noch nicht alle fertig. Ich bin tot fast. Ja, ich auch. Okay, warte, ich will kurz. Noch nicht, noch nicht, Leute. Es hat alles nicht so perfekt funktioniert. So, Riccardo auch? Ja, ja. So. So. Moment. Ja, komm. So. Jetzt seid ihr... Seid ihr ready? Ja, ja, ja. Gut. Moment, jetzt nur noch Tobias und ich. Jetzt 4 Minuten. So. Alles klar. Äh, alles klar. Moment. Game Mode 0. Und dann geht es los in 3, 2, 1. Jetzt. Musst du merken, 4 Minuten, denkst. So. So, Tobias, bist du hier? Da, okay, nice. Ich mach sofort die, äh... Okay, wir müssen da drüben erstmal zum Wald. Ja, okay. Wir haben jetzt 50 Blöcke größer insgesamt. In jede Richtung. Das hier noch. Das ist aber die Grenze, ne? Ja, ist egal. Ist ja egal. Ja. Wir brauchen ja nur ein bisschen Holz erstmal. Brauchst du noch Holz? So, mal gucken, ob wir diesmal auch wieder eine Chance haben. Leer ist diesmal alleine. Weil Tim nicht mehr da ist. Mal gucken, wie das dann läuft. So. Ich brauche erstmal Holz ab oder mich zu Holz abbauen, Tobias. Dann suche ich schon mal Sachen. Du brauchst Holz ab? Ich sammle Zeug. Äh, Zuckerrohr, 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 Zuckerrohr. Boah. Schon. Wir brauchen erstmal Zuckerrohr, das ist wichtig. Tiere sind auch wichtig. Äh, 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 äh. So ein bisschen Sumpf. Alles klar, ich muss Tiere töten. Ich mach mir erstmal ein Holzschwert, glaube ich. Mach mir erstmal ein Holzschwert und dann hier ganz die Tiere zu töten. Die sind mega viele. Ja, du jetzt? Ja, ich töte schon mal ein paar Tiere. Aber ich will nur nicht, äh, direkt am Anfang irgendwie sterben. Das wird. Dann kann ich auch gleich ne Spitzer gemacht. So. So. Echt so. Leider. Das wird. So. Oh. Ich hab auch grad nen Schwein gekillt. Ich hab auch grad nen Schwein gekillt. Uh. So. 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 Tobias. So. Tobias. Gib mir ein bisschen Holz. So. 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 popping mal. Ich. So. looking mal der Rüstung. gewonnen aber mal gucken ob das funktioniert haben wir ja keine kohle wir gehen erst mal geradeaus erstmal brauchen wir nichts sobald 34 haben kann ich uns ein bisschen ausrüstung bauen bessere spitzschwerter bei 430 ist genug für alles gleichzeitig alles die anzahl die man dafür warte kurz dahin moment da jetzt war der derzeit gibt ich einfach weiter und so wie ich gemacht habe so wenn ich dieses team warte 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 einfach sie ist gar nichts und die erst mal ernsthaft ist das dein ernst und redstone hey wie seid ihr so schnell so weit runter gekommen direkt runter ja wir auch okay nicht direkt also wirklich direkt alles gesammelt habe die gefunden noch nicht abgebaut das war das erste eisen das ich gewohnt ja und diaz habe das erste warte tobias ich kipp dir kurz zeug dann schwert axt schaufel wir brauchen bald mal kohle durch weiter buddeln warte auf welcher höhe sind wir für 51 warte warte du einfach ab und zu mal so die seite rein also ich warte ich würde weiter warte warte ich würde einfach nach unten du buddelt ab und zu mal ein paar blöcke die seite vielleicht ein paar ärzte einfach nur einen schacht quasi in die seite kurz aber ein paar blöcke in die seite buddeln brauchen echt bald kohle ich habe mich noch nichts gefunden also kannst du die helligkeit hochstellen tobias nicht weiß ob das gemacht hast optionen grafikeinstellungen helligkeit von dunkel auf ganz hell dann siehst du sogar was hier wir haben kohle und eisen gefunden ich habe noch erster eisen und kohle jetzt ja richtig und bei der das hat ich vergesst du sagen noch mehr eisen moment ja übrigens wir haben ein bisschen die diamanten rate hochgestellt ein bisschen gold glaube ich auch sie haben ein bisschen mehr diamanten doppelt so viele sogar ich mache kurz ein paar fackeln und dann kann ich gleich sachen hier machen wir ganz kurz machen wir das da noch mehr bei mir ist bei shale halt so dass ich auch was sehe wenn ich nur in der rechten hand aber wir sollten trotzdem vielleicht placen damit keine monstros bauen ich brauche kurz essen und sonst wie geht es aber ist keine große höhle aber wir können uns gleich weiter wurde das kurz warten dann können wir unten weiter passen auf das eisen hier auf und ich mache in der zeit wurde ich noch mal weiter runter okay also du bist einfach raus wenn es fertig ist kannst du schon mal was essen rausnehmen gleich so leute ich wurde noch ein bisschen runter und dann sind wir weiter richtigen hören dann können wir richtig anfangen zu meinen wenn du fertig bist du bist du kannst die öfen einfach abbauen dann die sachen mitnehmen dann kommst du runter hier einfach runter aus ich hab auch lava gefunden hier ist überall eisen hier ist richtig viel eisen so monster ja ein paar aber nicht viele bisher oh oh das creeper über unten ist geland oh verdammt cool ein creeper trotz geland in luft gesprengt so ganz viel eisen nehme ich jetzt alles mit ich brauche mal ich sage es wenn du da mit dem öfen fertig bist so wir brauchen nämlich bald noch mehr öfen für noch mehr eisen eisen ist wichtig wenn wir beide komplette eisrüstung haben sind wir schon mal extrem gut ausgerüstet für die zeitpunkt hier ich habe einen namen gesehen extrem paranoid ich dachte ich hätte einen namen gesehen anscheinend nicht ne sind nicht viel größer ich glaube ich eisen ein bisschen größer gestellt und diamanten ein bisschen häufiger das war's und gold ein bisschen so na ihr ist das zeug oben fertig tobias ok hast du alles mitgenommen auch die öfnen und so weiter ok gut brauche den mal auf bitte hier richtig die beiden öel danke da noch mehr eisen kommen wir nicht hoch was ne ne hier ist hier ist gerade kein platz für die zubekommen oh 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 ist doch richtig eisig ich finde äh ja können wir mitnehmen warte was kannst du dich abholen mit deiner schmisslacken Moment warte ich brauche es sofort ab ich hab gold gefunden vielleicht schon was machen können wir brauchen was hier was und lava einmal komplette rüstung ich hab noch mehr eisen ich hab noch 23 eisen gerade gefunden warte warte ich mach uns mal ganz kurz ein bisschen cool bist du auch ich mach uns mal bei den eisenschwerter so moment da hier ein eisenschwert für dich für mich ein eisenschwert brauchen wir nicht mehr so denk dran auf zu sneaken sonst nehmen die unsere namen durch die wände ähm einmal ich nicht ne einmal jetzt nicht äh und ja was heißt das tun sie nicht hier unten ja aber selbst beim farm kann man auch die namen durch die wände sehen die maps sind jetzt nicht groß ok ja wenn du willst also habe ich nichts gegen äh Tobias ich mach dir mal einen Eimer kannst du gleich Wasser reintun damit ich löschen kannst wenn du brennst warte ich geb dir mal in den Eimer und kannst du irgendwann gut Tobias du es nicht sogar nice ähm hier dann kannst du dann nachher wenn du Wasser findest das reintun kannst du nicht löschen wenn du da drin stehst so äh äh 34 eisen fertig Wasser ein oh ein Enderman oh den schaffe ich nicht ne Enderman lege ich mich nicht mit an ja ok ne ne tu ich nicht tu ich nicht der ist zu krass mehr Kohle brauche ich und dann so diamanten wär jetzt natürlich geil fünf Stück wobei wir haben immer noch kein Zucker und so weiter dann werden wir vielleicht gar nicht weit raus gehen sogar hier noch zurück haben es hat aber jetzt ein Team Diamanten gefunden oder? ich brauch nicht wirklich viel also wegen tut uns das jetzt nicht schwarze Farbe mehr nicht schwarze Farbe mehr nicht doch du kannst auch noch hier ein Buch mit Buch machen kannst damit wo du denn schreiben kannst voll geil ich hab mega viel was ja der Buch einfach so droppen und dann hey im Kampf mit dem Moment liest mal kurz das Buch hier die mega wichtige Nachrichten Alter wir haben so viel Eisen äh ich glaub im schmalen Gang nicht aber vielleicht also auch mal ne Fackel plant dann nicht wenn du Fackel plantest nicht so ne Fackel dann machst oh der Ricardo hat heiße Angelegenheiten hier okay wir haben jetzt gleich locker genug für beide Eisenrüstung Tobias war locker locker ich hab jetzt grad noch 31 Eisen dabei weil die Eisenquellen wurden echt krass vergrößert um ein oder zwei Blöcke hab ich die vergrößert nur aber klar oh mein Gott da wär ich grad da war so ein gesprung äh ja ich hab bisher noch kein Essen verbraucht äh äh weiß ich nicht ich würd fast schon sagen ja doch müssen doch doch macht Sinn also wir haben ja übrigens jetzt gesagt dass wenn man durch ein Monster stirbt einmal respawnen darf äh aber das war's auch einmal respawnen und nur bei Monster jo ich komm auch grad mal zu den Öfen zurück aber nicht ein bisschen wenn der Monster hochkommt so ohm alter ich hab noch 19 Eisen da und nochmal da ein bisschen Eisen ja ja 1 nur gib dir das mal ja ein Buch aus der Verzaugungstisch ja auf level 30 brauchst du zusammen 46 mit Verzaugungstisch äh warte ich mach mal ne warte ich mach dir erstmal ne Rüstung ja soo ich kann dir schon mal außer Schuhe alles geben bumms 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 ja ok mach ich dir noch Schuhe dann bist du voll der Eisenrüstung ja so ne Spitzhacke mach ich dir auch sofort warte brauch ich nur noch ne Rüstung soo Moment soo Moment gar ne ich war keine Eisenspitzhacke soll das jetzt alles abbohren außer ob sie ihn ja logischerweise frag wenn du Eisen brauchst warte äh Karpus ok jetzt brauch ich auch mal ne Rüstung wie 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 hab ich ok ja hier manden wir halt nice aber ansonsten sind wir jetzt erstmal ausgerüstet äh Gunpowder und Sand das kriegen wir schwer zusammen aber vielleicht ein oder zwei könnte man zusammenkriegen aber ansonsten ist das zu schwer und das ist recht schwer im Tank einzusetzen außer man es das kann man machen aber schwer nehmen wir mal Lava Eimer so ich mach dir mal ein Schild Tobias das kannst du theoretisch in die rechte Hand tun warte 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 ich gib dir mal ein Schild wo bist du? Schild da ok hab ich auch das letzte Mal hab ich das letzte Mal gemacht das hat aber nichts genutzt bei mir ich kann das halt einfach nicht einsetzen das ist mittlerweile schwerer als einfach nur Rechtsklick machen weil äh wenn du länger Rechtsklick gedrückt hältst dann macht das keinen Schaden mehr ähm genau einfach in die rechte Hand genau hast du und dann einfach Rechtsklick dann benutzt du das so aber ich weiß nicht also ich kann es halt nicht richtig gut einsetzen ich weiß nicht wie wie man das genau einsetzt keine Ahnung sollen wir jetzt hier rum äh ja immer gleich warte warte ich mach noch kurze Rüstung meine fertig sollen wir das machen da ist noch ein bisschen Eisen schmelzen du musst doch gleich ein bisschen Fleisch schmelzen mal so da hast du genug Essen genau hier wo ist alle Dungeons angestellt außer Wassertempel weil die sind halt nervig ja also die schafft er nicht nie aber ich meinte die sind halt wirklich total krass irgendwie kommt gibt es nicht auch so und deswegen kann man theoretischen bett ne man kann dann mit auch nicht schlafen ne ja dann Gute Frage. Ich kann euch theoretisch, ich kann euch nicht, ich gehe nachher zum anderen Telefonieren, genau. Nur noch mal eine Eisenspitze, okay. So. Ähm, im Moment, wir warten noch ganz kurz drei Dinge ab, Tobias, und dann können wir weitergehen. Warten wir noch, das ist Essen nicht fertig. So. So. Hm. Hm. Mach uns sowas runter, halt nicht. Ja, du kleiner Zombie-Doo. Okay, so, wir können sofort weiter, Tobias. Und da ist uns Relief-Bomb. Hallo. Danke. So. Ja, ich habe keine Rüsten. So, lass weiter, Tobias. Wunder. Mach dir dann, weil da müssen wir... Äh. Rüsten ist cool. Ja, brauchen wir gerade nicht. Rüsten? Wir müssen eigentlich noch beweisen, oder? Kommst du, Tobias? Ja, aber oben ist cool. Was ist denn, wenn ich das reingetan? Woll? Komm mal, geh mal runter, weil ich muss da so oder so runter. Ja, ich komme jetzt runter, die... Aha, hast recht. Cool, das ist gut. Wenn wir Äpfel haben, können wir dann mit goldenen Äpfel machen, dann haben wir ein bisschen Lebensregeln. Okay, fuck. Der Kohle ist nicht zwingend. Was ist denn? So, so. Eigentlich ist er mir halt. So, dann nimmst du gleich runter und ein bisschen strippen ein. Haben wir noch gar nicht gemacht. Pass auf, pass auf. Was denn? Nein, Tobias! Geh da raus! Nein, Tobias! Nein! Das ist aber kein Monster. Ja, jetzt wurde er von einem Monster reingeschlagen, aber ja, eigentlich, weiß ich nicht. Darf ich respawn? Aber alle Sachen eh weg sind. Okay, alles klar. Ja, die Sachen sind eh weg, von daher. Ja, stimmt, okay. Keiner braucht einen respawn. Alles klar. Ja, mach ich. Alles klar, so, jetzt brauchen wir eine neue Eisenrüstung für dich. Wuhu! Hattest du welche, Jules? Er hatte nur komplette Eisenrüstung. Ja, wie? Hattest du? Ja, ich auch. Also, wir haben beide bei einer. Ja. Warte. Moment. Ja, ich muss neues Eisen brennen, warte. Äh. Gut gemacht, Tobias. Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch... So. Wir fangen an mit... Moment. Moment. Du hast alles Holz, ne? Du hast alles Holz. Moment. Wir warten kurz. Ich hab'n Boot, aber nur Heils war keine Chance. Aber damit können wir... Nicht, jetzt ist es mir nicht in die Lava fallen. Hm. Ja. Neh mal kurz die Lava hier weg. Ja. Bitte da unten. Ja. Ja. Ist der Fleisch weg? Du hast ja die Lava geht, langsam weg jetzt. Vielleicht Fackeln setzen langsam. So. Ich geb' dir schon mal... Einen Brustpanzer. Hast du Fackeln dabei? So. Da liegt er. Spitzhacke. Du hast einen Block gebaut, ja, ne? Aber ich hab Holz. Boah, hier Leute noch in unserer Nähe sind. Boah, hier Leute noch in unserer Nähe sind. Boah, hier Leute noch in unserer Nähe sind. So, dann noch mal Schuhe für dich. So, da. Was? Ja, wie lange wir doch was haben, könnte ich dir ja alles geben, was wir, was wir kriegen. Und ein Schwert auf jeden Fall. Ja, ja, die haben wahrscheinlich im Team das Dings gemacht. So, da haben die ja auch den Chiefs übersprungen, was eigentlich mega klug ist. Oh, okay. Ähm. Was? Kannst du vielleicht Kisten... Ja, natürlich nicht. So, so. Vier. Ach, verdammt. Wir haben nur sechs. Ah, ein Eisen fehlt für dich. Egal, dann machen wir halt Helm nur für dich. Was? Nein. Ja, aber das ist ja normal bei Grunow. So, jetzt gehen wir runter. Nicht in Lava. Nicht in Lava. Zwei Sticks. Äh, zum Beispiel. Zombie! Machst du runter? Äh, nicht in Lava fallen hier unten. Warte, was sind Opfeln? Oh, Leute, die hab ich überhaupt nicht gesehen. Alles klar. Warte, Tobias, geht da weg. Der ist ja noch Lava. Ja, hab ich überhaupt nicht gesehen eben. Hier bin ich schon mal lang gerannt eben. Leute. Äh, da komm schon den fünften bitte. Vier ernsthaft? Oh, das bringt mir zu brauchen. Also, bringe ich nicht viel. Egal. Da ist die Lava, ne? Da ist die Lava, ne? Wir brauchen mehr, brauchen mehr. Ja, da musst du was tropfen. Äh, ja. Aber erstmal, hier ist es zu uns safe. Lass erstmal hier einfach reinbuddeln, okay? Hier ist zu viel Lava. Jetzt könnte man mitnehmen, aber ich glaube, das ist vielleicht Lava. Wir sind jetzt erstmal da. So, wir buddeln jetzt einfach in die Richtung. Du hast doch jetzt Rüstung, ne? So. Äh, ich fackeln? Meine fackeln. Geh mal hier rein. Weil ich kontert nicht weiter rein. Hier ist Gold und all das so. 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 Dann buddel die... Warte. Buddel du einfach weiter geradeaus. Ich buddel und mich nach rechts ziehen. Deshalb. Genau. Nice. Nimm das mit. Da können wir vielleicht gleich noch die Hose bauen. Ja. Du das Eisen. Tu das Eisen einfach hier in die Öfen rein. Ich hab Kohle da noch reingetan. Kohle brauchen wir auch bald noch. Ja. Tu einfach das Eisen rein. Ja. Ich hatte halt Probleme. Ich hab aber keine Fakten. Okay. Aber ich weiß nicht, wie... Hört die die anderen gar nicht? Obwohl die sind voll locker eigentlich. Warte. Hier. Zwei Creeper und ein Skelett. Oh. Die müssen auf jeden Fall noch raus für Zuckerrohr und Leder später. Weg hier. Warte. 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 Kann ja auch Lederter kriegen. Komm schon. Adias. So kommst du dann. Wenn ich dann ein bisschen in die Wand punde, vielleicht findet man ja welche. Hm? Naja ich hab auch leider keine Kohle mehr. ja aber warum was ich habe gerade eben diamanten einmal gefunden das war ein paar jetzt geht bald jetzt zwar schon glück aber ich meine ich meine ich meinte ich euch ja ich habe ich habe ich habe wahrscheinlich so ich habe jetzt erstmal okay warten und dann war jetzt wollen wir wirklich ein schaden themen oder wollen wir über rüstung zum beispiel aus dem wurde die dias ja verdoppelt von der wahrscheinlichkeit her dass ich in öfen habe ich da hingestellt bei der kreuzung ein paar die es wäre noch nice dann können wir vielleicht über den rüstungsteil ja wir haben leider keine kohle also ein eisen genau da kommt stahl raus und zwar heftiges stahl macht es nicht schade und ein paar diamanten haben nicht genug hast du noch holen tobias das heißt was ist also wenn dagegen schlägt und überläuft bringt das hat einfach nicht wichtig hört man ricardo das diamanten ist sie nix auch ich habe kohle gefunden da kann ich vielleicht wieder was sie da kurz werden diamanten das war immer nur eisen du denkst es werden diamanten brauchst du ab oder kose kriegst eisen ist nicht so geil wir müssen leider kein holz mehr fast kein das mehr heißt wir müssen wahrscheinlich bald wahrscheinlich überflächen ich kann dir ein bisschen was hier 12 10 davon ich mache mir jetzt ich muss mit zwei sticks aufwand für die die mannspielsacke ich habe ja ich habe auch keins mehr aber ich kann hier ein paar fackeln geben wo es mir die sticks aufwand für die mannspielsacke wartet probiert ein paar fackeln habt ihr paar fackeln dahin geworfen du willst dir die linken paar fackeln also ein stück weit hinter dir ungefähr bei mir brauchen wir später vielleicht noch einfach behalten wenn du wasser übrigens findest sachen bescheid um jetzt brauchen wir ja wasser auch wenn du das hörst oder so dann bescheid dann buddigt oder wir haben jetzt dass wir genug haben was ich habe dann aufgesammelt weil die lagen da direkt wir brauchen wir brauchen für neue reisen kohle zwei weil für acht brauchst du einfach achte einen kohle kannst du noch jemanden wir haben noch 35 minuten wir sind so viel besser ausgeübt als letztes mal bei noch nicht alles warte aber wir können euch sogar raus gehen wir noch ein paar jemanden ein eine wahrkeit so bereich so jetzt ist der plan wir müssen jetzt das zurückgeben wir brauchen jetzt wasser um dann ob sie ja wir müssen auf sie dann abbauen so warte wir haben dann können wir hast du mittlerweile du hast doch keine volle die eisen rüstung das fehlt die hose so da ja macht das brauchen wir so man schütze jetzt haben wir noch schwerter und mit tritt schon hin so können wir nachher brennen wir brauchen jetzt erstmal wasser wie gesagt und wasser ja ist egal brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht mehr nicht in lava fallen oder wir brauchen wasser oder sonst gehen wir raus und machen das gehen wir kurz raus holen wasser egal so übrigens wir müssen kurz raus gehen wasser holen dann können wir wieder reingehen ich nicht schütze ein ding ist da ok hier geht's hoch hier 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 das ist eine hexe lol die hexe ist krass verstehe überwarte du musst die hexe töten hat die dich vergiftet ne ne du hast keinen effekt oder langsamkeit ist egal komm mit komm mit ich hab dir das gefunden hexe ist ey stark komm mit so geil dann lass kurz wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir haben jetzt vier Dias äh hast du vier Dias gefunden nein insgesamt vier oder oder wenn ich einen weggebracht guck mal in die Kiste guck mal in die Kiste dann haben wir genug so dann machen müssen wir wieder danach müssen wir wieder runter weil sie brauchen labern äh Telefon äh äh okay nein ich warte äh ähm ähm ich bin weiter da rum hier hinter dir ich weiß aber nicht hier kleine Gang da rum ja komm mit so Telefon klingelt okay äh wir müssen mal kurz hier hoch dann äh ne ne äh auch ein Anvil hm ich hab genug Alter warte kann ich dir nachher zeigen ich muss nur kurz sonst schon fährt fährt ich bin auch Leder Tobias chill du erstmal oben ich komm gleich zurück ich hoffe ich find zurück aber pass auf dass du nicht gekillt wirst natürlich ich hab am besten Steaknir sieht man deinen Namen nicht ich hab grad eins gesehen ich hab grad eins gesehen Alter warum ist denn so viel das die Gegner dürfen keine zu bekommen oh wir haben wir haben wir haben wir haben ich kann auch Larpis sagen bist du auf der richtigen Höhe Lennart auf welcher Höhe gräfst du denn der hat sind da weiße sind da weiße Pixel drin Tobias ich komm gleich zurück ich glaub ich hab gleich was ich brauche von deinem drauf Lerat auf welcher Höhe gräfst du denn Lennart hm Lerat auf welcher Höhe gräfst du auch alles klar ich hab's Tobias ich komm zurück nein du hast jetzt nicht nein ich hab ein Pferd getötet ich musste raus also ich musste ich brauch das unbedingt jetzt komm ich zurück Tobias wir uns jetzt voll ausrüsten aber ja ich komm zurück ich brauch kurz bist du noch da wo wir uns rausgebotet hatten ok gut ok gut wir haben wir haben Zeug wir haben Zeug wir haben Zeug hm ok ich würd sagen warte ich komm gleich vielleicht da irgendwo drüben ist ah da ist hier nicht hallo so und zwar und zwar hab ich jetzt folgen jetzt Moment ich kann jetzt kurz ah ne warte ich wir müssen trotzdem nochmal runter wir müssen nochmal runter äh und zwar wo hatten wir uns runtergebotet äh irgendwo hier oder hier hast du wo ah da ok danke jo äh so wir müssen nochmal kurz runter dann muss ich kurz Sachen abbauen dann kommen wir wieder hoch dann können wir uns ausrüsten dann wieder hoch wir können theoretisch sogar schon kämpfen wir können theoretisch sogar schon kämpfen nochmal runter wo ging es weiter runter da ging es weiter runter nochmal ganz nach unten was da dabei wie kann sie ihn aufstellen so ich bin hier unten so jetzt Achtung ich bau jetzt hier Zeug ab pass auf dass es kein Monster kommt bloß so du kannst theoretisch nochmal ein bisschen nach dir wanden graben äh wie heißt einfach in die Wand hier unten graben hallo guck ich einfach da rein oder ich komm ich mach ich genau einfach geradeaus wir finden ja noch ein paar während ich die Obstiliener brauche was sonst nein wäre natürlich nice wenn wir noch mehr ein paar finden dann können wir vielleicht sogar ein bisschen Rüstung machen oder so ich mach mal zwei Schwerter ne so ein mit vier Diamanten macht ihr ein Bäre Schwerter und eine Jumping Table das ist natürlich krass haben wir schon oh zu den Waffen das erste Schwert warte steck doch äh stecker haltbar stecker eins haltbarkeit eins stecker eins so ja aber das sind sechs Level boom also Tobias komm mal kurz jetzt komm mal kurz hier hin Moment und zwar ich hab jetzt hier ein Chart mit Table und jetzt gebe ich dir ganz kurz ein Diaschwert das kannst du verzaubern warte ja zwölf Minuten das ist viel also ja ungefähr zwölf Minuten glaube ich wir haben wir haben keinen Laphis hast du Laphis hast du Laphis hast du Laphis Lazzuli das blaue okay okay wir brauchen Laphis Lazzuli wir müssen noch mehr buddeln scheiße okay Tobias wir müssen weiter buddeln ich dachte wir könnten jetzt verzaubern aber wir haben nicht genug was nein 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 auf keinen Fall da unten ist Lava buddeln einfach hier weiter in die Wand verdammt oh pfff Tobias oh man ähm wir haben ja jetzt schon alles immer das heißt werde ich mal ganz kurz oh wir haben warte du hast holz geholt ne du mal ein bisschen holz her ja ich hab jetzt gleich auch wieder ja ein bisschen holz gemacht reicht oder warte 5 level ja das ist auch für mein Helm mach mal ganz kurz nuss da wollte ich auch kurz sagen zu mir selbst hab ich gerade gemacht ja ich kann einfach nicht die Mannschaftsakon nehmen hier warte da gebe ich dir äh und dann kann ich nicht theoretisch ich hab ja schon die beiden Schwerter gemacht ne dann kann ich jetzt mit dem Rest theoretisch Lüstung machen mhm so ich glaub ich zieh die erstmal an Tobias die zieh warte 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 Tobias du kriegst das da ich nehm das her da steht ein Creeper im Gun daher müssen wir das verzaubern alles gut sobald wir äh schmeiß einfach in die Lava oder schmeiß einfach auf den Boden ist egal ja 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 hab ich dir ja eben schon zugeworfen müsstest du schon haben so brauchst du noch nö nö grad nicht weil doch wir könnten schon mal Gold schmelzen in der Zeit hast du noch einen Ofen? ich bin ja noch dahin wow guck mal noch daneben und so und dann lass das erstmal schmelzen muss nicht dabei stehen einfach buddeln brauchen Lapis und sneaken meistens ich hab da eigentlich noch noch weiteren Dias aber also Dias haben ja eigentlich genug verbrochen nur Lapis habt ihr Lapis? ja ihr habt schon verzaubert ne kaka ihr Lapis vielleicht doch ein bisschen höher stellen sollen was? ja du musst ja du musst ich muss ihn töten John Lapis ein bisschen aber das ist ein kleines bisschen John noch ein Zombie echt? nice Tobias ich komm mal zu dir alter nice one echt jetzt Alter wieviel wieviel sind das? gib mal kurz her dann bitte nice ok dann kann ich dann kann ich mir selbst auch nochmal Schuhe machen wobei warte ne wir warten noch bevor wir ausführen Julian komm mal weiter echt jetzt warte warte echt echt jetzt echt jetzt echt jetzt alter bist du gut man da wartest du mal was alles klar du hast grad 10 Diamanten auf einmal gefunden nice Tobias Tobias hat grad in der Wand gebuddelt 2 Blöcke an 10 Diamanten gefunden Julian hat die wahrscheinlich jetzt bei sich ne das geht nicht ich soll ja extra nochmal da nachkommen boom alter nice wegen die konnte ich mir jetzt einen Diamantbrustpanzer leisten danke Tobias ok das nächste druckst du zwei tigst Tobias wo du grad hier so schön buddelst und sammelst ja Tobias ey dein Diamantenspül sind in den Brauern war wahrscheinlich rechtet der einfach nur die ganze Zeit die Wahrscheinlichkeit aus von Diamanten nein der wendet seine Tränen nein der wendet seine Tränen ja wahrscheinlich mit dem Kies und nach Osten und ein Wasserfall und ein Wasserfall und so ein See doch ich musste mir das ansehen das war so lustig ja hm glaub ich auch ja das stimmt doch einfach dich kannst du einfach einen ganzen Raum ausleufen das willst du auch Diamanten finden ich hab vier du hast ja ja eins drei vier vier also mate dem Diamanten wichtig gerne, aber ich möchte viel lieber Lapis als jemanden. Warte, warte, du hast neun. Ich hab sieben. Achso, gut. Du, Lapis findet, sag Bescheid. Das ist das andere Braumantrieb, das ist wichtig. Wie viel habt ihr? Zehn auf einmal. Zehn auf einmal? Normalerweise geht das gar nicht. Ich glaube, ich hab das ein bisschen hochgeschreitzt. Ich hab das gerade selber gehabt, aber okay. Normalerweise geht das nicht. Diamanten für dich. Hey, Ricardo ist echt ein guter Player. Geil. Geil. Frag mal Rüstung. Lapis. Wir brauchen Lapis. Für dich. Du überlebst länger. Äh, achso, warte, noch. Oh, oh, nur noch 20 Minuten, ungefähr. Wobei, ich würd sagen, wenn noch keiner tot ist, macht das dann Sinn, so ein Finale zu machen? Oder sollen wir es erstmal einfach weglassen mit diesem Finale-Ding? Ja. Also noch eine halbe Stunde? Okay. Eine halbe Stunde ist Tobias eh weg. Ich bin gerade in der Höhle. Wenn ihr nicht die Chance auf Lapis groß wäre, dann würde ich auch gar nicht reingehen. Ja. Wieso Down ey? Hallo? So, ne Packe. Äh, 4 Obsidian für den Zaubertisch. Ja, ich hab... Meine Schuhe sind noch nicht hinter. Ja. Mein Helm ist gesammelt. Weil die hat... Die hat die Mann Schuhe... Aber... Ne. Hat dir auch nicht gesagt, Leute. Und Arbeit geht. Ähm, erstmal komm. Lapis, ich hab Lapis gefunden. Tobias, ich bin gleich raus. Hallo? Warte, ich bin eh nicht weit und ich in der Nähe. Ich komm aber da gleich gleich hin. Wahrscheinlich hab ich jetzt 50.000 Diamanten irgendwo übersehen. Achso. Ja, okay. So, ich hab genug Lapis. Da ist auch Schutz. Probier's, dann geh ich jetzt. Ich geh aber jetzt zurück. Ist das raus? Ne, ne, ne. Ich komm jetzt erstmal dahin zurück, wo wir gerade waren. Also guck auf wir in Anbau sind. Ich hab die erst gefunden. Ja, ist okay. Dann komm einfach zurück. Geh einfach zurück. Ja, geh einfach zurück. Brauchen wir eh jetzt. Das Problem ist, mein Schwitzack ist vor. Ich will gleich eine machen noch. Meine Schwitzack ist vor. Komm her. So. Ich hab da alles. Deine Rüstung. Mach ich auch. So. Kommst du dir? Ich hab einen hier noch. Ach, du hast mir noch einen Film gegeben. So. Wo bist du? Ja, ich geh bei der Base. Oder komm mal her. Komm her. Hier. So, hast du noch die erst gefunden, ne, ne? Oder? Warte, ich werf mir das jetzt zurück weg. Das heißt, vielleicht hätten wir doch nicht die Debrustplatte machen sollen. Egal. Moment, also. So, Zaubertisch. Tobias. Simms dein Schwert. Warte, ich geh mit die Lapis. Ich hab da einen Lapis vor mir auf dem Boden. Nimm das mal auf. Genau. Jetzt tust du dein Schwert in den linken Slot und tust da Lapis daneben. Und jetzt, äh. Wie viel Lapis? Wie viel Lapis? Eins reicht. Und dann in die oberste Verzauberung. Da musst du schärfen stehen wahrscheinlich. Sieben, das heißt, ich bin mir die. Und dann kann ich mir ein Schwert rausnehmen? Ja. Also draufklicken da drauf auf die Verzauberung und dann rauskriegen. Wie viel Level hast du? Wolltest du mit dem anderen Schwert, das ich auch nicht brauchen? Weil, äh, Schutz, äh, ne brauchst du nicht, du brauchst nur das eine. Aber deine Rüstung solltest du noch verzaubern. Ich bleib so weiter, weil. Einfach aus dem Rüstungs Slot rausnehmen und dann rein. Mach dir ne Hose. Ja, du. Ne Diahose und verzaubern die. Am besten auf Schutz. Wenn du Schutz hast bei der Rüstung, nimm das. Krieg mir in die Spitze da rein, dann kann ich weiterarbeiten. Kann ich nochmal ganz kurz? Wo ist denn Schutz 1, 2, 3? Die Richtung dann hier. Da wo Schutz steht, da steht der, wenn du drüber verpasst, steht der Schutz 1. Genau, Schutz 1, nimm Schutz 1. Ist egal, da wo Schutz 1 steht, nimm das, wo Schutz 1 steht. Dann nimm das mit 2, dann nehmen wir das mit weniger. Nimm das mit weniger. Ja, aber das ist ein super Labyrinth. So, dann da lang. Dann mach ich noch ganz kurz. Dann ist bis zum Ende des Gangs, dann müsstest du den Ausgang finden. Ich würde sagen, dass... Was haben die denn alles für Ausrüstung wieder? Die sagen, die finden keinen Diamanten. Ich hab Gold gefunden noch. Ah, stimmt, wir haben noch Gold. Ja, dann müsstest du gleich noch oben Äpfeln, ein paar Farben. Bist du fertig mit Verzaubern? Dann zieh deine Rüstung wieder an. Hast du alles verzaubert? Äh, fuck, ich hab das alles noch mehr getan. Sorry. Weil ich mach dir mal ganz kurz n Eimer, dann kannst du gleich n Wasser einmal machen. Dann kannst du dich löschen im Kampf, theoretisch. Oder einfach, wenn du n Lava fällst oder so, da ist n Eimer. Ja, nimm dir später einfach Wasser. Warte, ich geb dir das zurück. Jo. Und gib mir auch die Crafting-Table zurück, wenn du dir immer aufgesandt hast. Ja, guck mal. So, ich hab den Eimer, wie gesagt, gesehen gegeben, damit kannst du dich dann löschen im Kampf. Ja, wir haben auch was. Mit zwei Diamanten können wir halt nix machen. Warte. Wobei, warte, wir könnten theoretisch... Machen wir vielleicht gleich. Lass mal hochgehen, Tobias, okay? Dann brennen wir erst mal ein bisschen Eisen, weil wir können vielleicht ein Schärfe-2-Schwert sogar machen. Ja. Ja, natürlich. Meine Hose ist noch nicht enchanted. Dir ist ein Zombie. Da, da, da. Richtig, und jetzt... Ah, nice. Vielleicht find ich ja noch Dias, dann können wir gehen nicht. Jetzt hier hoch, hier hoch, nein, Tobias, hier hoch. Ich hab Dias gefunden. Alter, weißt du, die mecker, dass ich keinen Dias finden, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, ich hab Dias gefunden. Ah, sieben. Warte, warte, die Hose hast du noch nicht gemacht, ne? Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass du viel weniger Rüstung hast als ich, Tobias. Warte, wieso? Nein, 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 das meinst du nicht. Äh, Eisenhose. Hier. Äh, doch hab ich. Wie viele Rüstungspunkte fehlen dir, Tobias? Okay. Über dem Leben steht das. Zwei, okay, mir fehlt einer. Okay, warte, hast du noch Essen? Ja, ich kann ihn nicht verbinden. Okay, dann, 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 eins, zwei, drei, hier, bitteschön. Mehr Essen haben wir grad nicht. Wie viele Rüstung, die brauchst du denn, um zu verbinden? So, jetzt brauche ich kurz zwei Öfen auf. Warte, äh, kannst du essen? Ja, wenn du Hunger hast, ist das. So, hier ist Wasser, nimm dir mal was. So, und ich kann kurz nochmal Eisen schmeißen. Äh, kannst du mir Lampes geben? Essen mit Goldrüstung? Die Goldrüstung macht keinen Sinn. Gold ist schlechter als Diamant. Und auch als Eisen. Ja, aber Eisen ist besser als das Gold. Ja, ja, ich weiß, aber. Äh, Gold ist eigentlich nur für Goldäpfel gut. Das heißt, wir müssen gleich Äpfel farmen. Gib mir jetzt doch mal deine Brüse. Das heißt, bei, 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 äh, Oakbäumen müssen wir Blätter abbauen. Weiß die Bäume. Ich muss ja jetzt ein bisschen Zeug euch schmeißen, was wir nicht brauchen. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Äh, ja, aber nur mit einer Pilzung. Du brauchst zwei verschiedene Arten von Pilzen. Hm. Auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Das auch nicht. Nimm die Zeug nicht auf, das ist, das darf ich alles weg. Das brauchen wir nicht mehr. Äh, den Pilz brauchen wir auch nicht. Da geht's im Metall und dann nimm das, also mit der Maus auf das Ding draufklicken. Und dann nach links oder rechts aus dem Meta rausziehen und dann nochmal klicken. Was haben wir damit? Weiß ich nicht. Aber nur Zeug, was wir nicht brauchen, natürlich. Ähm, Holz brauchen wir nicht, ne? Äh, doch, Holz würde ich behalten. Holz ist gut. Tricks auch, ne? Komm schon. So, jetzt kann ich den Amboss machen. Warte, ich gucke für dich. Warte mal, jetzt kann ich gleich. Vielleicht finde ich noch ein bisschen... Dann kann ich nämlich unsere restlichen Dias noch verwenden. Ja, so. Noch zwei. So, das, da können wir nur ein Schwert machen, deswegen mach ich kurz... So, so. Stinks brauchst du, oder? Ja, brauch ich grad nicht, aber ja. Nein, so. Hast du Strinks vielleicht? Und jetzt kann ich die beiden zusammentun. Zwei. Jetzt hab ich dich ja für zwei Schwert. Nice. Hat sich noch kurz gelohnt. Äh, so. Ja, ist okay. Wobei, ein bisschen Holz gibt, ein bisschen Holz, ja. Lange, reicht. Ich muss da eh noch ein bisschen Holz abbauen, wahrscheinlich. So. Wie ist die Richtlinie für den Kampf gewappnet, aber ich würde sagen, wir suchen uns noch ein paar Äpfel. Ja, wir können wieder, dann haben wir ein bisschen bessere Chancen kommen. Äh, und, und Nahrung natürlich, weil wir haben nicht viel. Das heißt, Hasen töten, wenn man die trifft. Äh, nein. Kommst du wohl mit? Hasen. Danke. Okay. To, ja, kein Essen gedroppt, schade. Wir suchen ein bisschen Zeug. Und, äh, ich sag dir, welche, welche Bäume wir fällen müssen. Was? Ja, der war vorhin von mir. Ich hab doch Blatt bis gebrochen. Äh, da vorne die Bäume müssen wir fällen, die mit den, mit den, mit den, mit den Ranken dran. Kommst du? Die hier müssen wir fällen. Die hier. Genau die hier. Keine Ahnung. Da können Äpfel draus droppen und dann können wir äpfel machen. Keine Ahnung, also ich hab's auf Diamantenhöhe irgendwo gefunden. Ich war in der Höhle drin. So, einfach nur das Holz abbauen, dann wird bald ein Apfel daraus fallen. Oh, du kannst auch die Blätter abbauen, das geht auch. Oh, die sind nicht. Äh, nee, nee, nicht die Lianen, sondern nur die Blätter von genau diesen Bäumen. Die Lianen sind egal. Ich würde schon, keterilisch gehen die Bäume auch ohne Lianen, aber hier sind grad nur die Bäume mit Lianen. Okay. Ah, ich hab direkt mal einen Apfel bekommen. Vier Äpfel können wir machen. Äpfel. Hast du das? So schön, die Blätter halt abbaust, kann er halt auch. Oh, das ist ja gut. Schon. Schon. Apfel. Oder drüben ist da mittlerweile ein Apfel runtergefallen. Was ist das? Ich glaube, dass du schon mal einen Apfel kriegst, dann gib wir den. Äh. Hm. Da ist noch ein Apfel. Nice. Zwei Äpfel. Äh, noch, äh, zehn Minuten ungefähr, dann wäre theoretisch das Ding, aber da wir noch keinen Kampf hatten, würde ich sagen, ab dann halt an der Oberfläche bleiben. Hat mir letztes Mal auch gesagt. Also, noch zehn Minuten, dann muss man an die Oberfläche kommen und darf nicht da runter. Okay, nice. Hast du kein bisschen Lampes gefunden? Haben wir aber auch mega lang nicht gefunden. Das stimmt. Ja. Noch einen Apfel haben wir gemacht. Nein. Und wenn nicht, dann haben wir theoretisch. Reich theoretisch auch, aber wenn noch einer. So. wir haben also noch 20 minuten der mission spiel gleich die leute zu tönen hoffentlich jetzt sind ja noch hier sind wir nutzen unsere zeit weil wir dachten ja kommen kann man jetzt mal fighten gehen wird man auf dem untergrund ausweist mit einem ja doch jetzt gleich die voll diamantrische beide ich dachte erst um so jemand ausriss wieder gut also ich gucke mal da hinten noch ein apfel runtergefallen ist hier ist kein apfel mehr hast du noch ein apfel dann würde ich sagen das kennt sind eigentlich gerade alle unterirdisch noch weiter dann mache ich dir kurz den zweiten dann kann ich habe zwei goldäpfel wenn du die ist kriegst du zwei extra herzen für drei minuten oder so aber nur bis die mann hat also weil ich jemand schlägt dann zu dir weg die dort seit vor dem kampf dann essen mit dem kampf reingehst zwei extra herzen hast ja deswegen deswegen 20 da musst du abbauen die leute wir müssen jetzt kämpfen was heißt mindestens ja ich weiß wir können ja jetzt schon leute angreifen also noch acht minuten dann ist links vorbei da musst du theoretisch schon abbauen musst du wirklich so viel abbauen kann aber ich muss uns beeilen was hat die wirst du wirst du bist voll perfekt wir sollten sammler und auf jeden fall eigentlich noch essen und wir denken an sprintschampen ist schneller und dabei springen also fünf sechs minuten dann ist es vorbei wenn die vorne noch die schweine dann können wir kurz braten und dann haben wir den rest ja weißt du die wollen auch immer noch die jahres finden und spaß wie viel wie viel die ihr habt ihr mittlerweile wahrscheinlich echte wir sind extra dann früh raus gegangen ja und dann kannst du auch ins maraq block machen was warum nicht dass sie noch ist so wenn du warte fertig hier gebe ich dir noch die beiden fleisch und dann nehme ich mir das fleisch hier was er dann überfügt ja alles nimm das fleisch hier was er dann überfügt ja ich meine ähm ist das das ganze hier brauche ich die brauche ich nicht hier brauche ich doch was ist aus deiner brustplatte die sind wahrscheinlich echt vollkommen diamant ey beide so ja klar dann haben wir echt keine chance wenn jetzt voll jemand sind ja das stimmt ey wo bist du hingegangen äh da siehst du mich ok leute noch so drei minuten oh boh das hat mich ja fast in lava gerannt drei minuten noch leute ja theoretisch am besten auf eine recht offene fläche äh die sind halt überall bäume lass mal gucken vielleicht finden wir ja schon jetzt schon leute aber hier direkt noch habe ich da rüber springt ja dann hier am boden hier schreiber warte 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 ich komme zu dir was ist das ja wir haben ja leider kein sattel sonst könnten wir das reihten ich fülle hast denn einmal gefüllt mit wasser nice tobias ja macht doch voll sind okay macht mehr oder weniger noch so eine minute ich behaupte ich könnte das echt noch machen dann ich bin ich will aber nicht so da drüben ist nicht okay hier ist eine ecke der hat keinen sinn nein 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 okay wir müssen hier weg zu mir ist wieder zurück hier ist eine scheiße hier ist scheiße du gehst glaube ich in die richtige richtung die rechts von dir rechts von dir rechts hier ist auch der auf der fläche ja da könnten wir das noch nutzen vielleicht noch 30 30 sekunden ist hier hoch drei sekunden dann könnt ihr hochgehen dann könnt ihr doch kraften dabei ist das nicht unterirdisch sein ja hallo unter dir ja auch der freien fläche mit wir kommen mit ja klar wir müssen auch direkt auf angriff aber wir müssen das erste worte dafür brauchen freie fläche also auf berge gelandet was das auch was das auch gut da war ich jetzt mal ganz gut das ganze gerett ist aber ich habe schon leute ich würde sagen in zehn sekunden müsst ihr euch nach oben bauen 9 8 wir können gerade nicht blieben 6 ihr könnt doch oben noch kraften wir können trotzdem nicht mittendrin unterbrechen wir kommen dann sofort hoch 4 3 4 1 wir müssen jetzt warten bis die leute in der oberfläche kommen das müssen jetzt kommen wir jetzt von uns die wüste das mit daniel und daniel und leon und das wird länder wenn es doch niemand tut oder als noch in game leute tobias muss weit weg die leute in der oberfläche kommt da die hochfläche mhm scheiße leute schneller das heißt wir nehmen alles mit das wichtige ich das fahre ist halt nicht mal groß soll ich die world border mich zu verkleinern gleich wir kommen ja ja ist okay ja du bist gleich weg ja bringt auch nichts wenn du so zwei minuten weg muss was gut ja ich habe alles ja ich komme zu dir oh man jetzt kann nicht wahr sein was wird leon und leon bei mir ein level ich glaube die juckt das alle gar nicht guck mal hier auf der treppe voll geil die können wir aber nicht rein oder ne oh ich finde hier mann glöcke und endertun unser schöner spawn wir haben eh das andere blöcke da hin oder ja ja überhaupt nicht warum nee wir machen das easy ja du willst du schnitzel jetzt alle weg in zwei minuten mhm so ein stift und welche alles klar also wenn du tot bist werde ich auf jeden Fall ins wasser gehen da habe ich letztes mal gute chancen gehabt ja wie viele level brauchst du denn du musst auf jeden Fall machen ich habe keine ist noch jemand unterirdisch ich habe gerade wasser für einen spieler geholfen wir müssen jetzt spieler suchen ich frage mich halt wo die alle sind aber ich habe die struck schon blöcke noch 10 ich habe auch noch 1 was du holst wir sollten zusammenbleiben auf jeden Fall das hier war in die richtung gehen immer zusammen bleiben immer zusammen bleiben schnell Tobias wir müssen die leute finden immer zusammen bleiben immer zusammen bleiben er hat echt eine Werkbank grafisch crazy warte lass mich die Spende füllen wo sind die leute ne ist gut da ist gut mal ruhig ja wir müssen die leute halt suchen du brauchst halt nur ein level oh Alter du hast mich voll schreckt ich habe irgendjemand anders so ich habe ein level ich habe ein level ähm ich habe ein level warum folgst du mir nicht einfach wir sind in der Mitte der Map Leute kommt immer auf noch 2 level 2 Alter wie sie sich hier komplett ausrüsten ja das ist fast fast geschafft fast geschafft ja aber das ist doch okay wo bist du denn Tobias hinten halt läuft das über die komplette Map während ich dich hinschaue warte 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 bin ich gar nicht doch bist du wohl ja das war die richtung die wir gegangen sind kann ich ja nicht so viel hier ist noch wo weil wir mal umdrehen warte aus welcher richtung könnten die kommen warte die müsste ich runter wo bist du hin Tobias ich stehe jetzt ich stehe jetzt immer wache ich stehe jetzt jetzt bist du am anderen ende da wo ich grad war hä hm ich spawn Leute ich muss spawnen ja ich weiß Leute auf der anderen insel das ist unfair zu wahr bis mein teammate weg ist warte du nimmst fast so lange fast hier lang gehen in die richtung fast in die in die richtung fast zwei level das ist dann auch ja das ist wohl die geile Idee sich mit dem hoffdus umgehen ich weiß nicht wie man ein schild macht es gibt mir halt dein zeug Tobias ich hätte zumindest in die wandschuhe nochmal doch 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 das ist zählt warum ja ich hab auch keine ahnung den kann man dich trotzdem einsetzen wenn man will willst du hin hier hinter hier hier ricardo 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 hinterher am baum ja wie viele länder hast der war noch kohle ok fällt ja noch ja geil warte warte Tobias gib mir noch kurz schnell 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 bisschen ok Tobias ist raus Tobias ist raus ja Tobias bist ein weg Tobias ist raus hat keiner mitbekommen Sensation deswegen ist ja nicht so als wollten wir deswegen die ganze Zeit kämpfen weil Tobias dann weg ist da sind scharfe bauen wir betten ok ja wir bauen jetzt betten wie versuch's ja 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 was wir sind wir sind wieder alleine so'n scheiß wo bist du wenn die Farbe oben war halb jetzt wo die Farbe heute ist ne wir können die halt jetzt finden das ist halt der unterschied er ist besser als vorher aber ich find's auch kacke das die halt jetzt geil ja das stimmt und du wirst da doch gut jemanden gefunden ne ne war es auch nicht nicht so schnell ich habe nicht so viel nein oh mein gott ich glaube ich bin schon so lange hinterher aber ich konnte euch nie angreifen doch nein ich darf ich dafür nicht total angreifen 2 gegen 1 schaffe ich nicht jetzt verzaubern die alter weißt du haben mich gesehen ja ne ich verzaubern jetzt nein nein alter wenn mich jetzt wenn mich jetzt ricardo und da von der seite alles klar ich gehe hier weg ihr seid mega dabei nein nein doch nicht auf mich rechts ist das andere team dann hier rechts andere team geht auf die nicht auf mich das ist unfair warum geht denn auf mich nein ich töte die ich töte die oh nein 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 das stimmt überhaupt nicht ich lass gar nichts los damit ist alles easy ich mach gar nichts hey jetzt wollt ihr mich verarschen ne also ne gehts Wasser ne das wisst ihr ich mach euch fertig ich mach euch fertig ich mach euch fertig wir haben doch kein problem mehr mit habt ihr Wasserläufer oder was als ob ihr Wasserläufer habt als ob ihr mich verfolgt wollt ihr mich verarschen geht aufs feierteam 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 arschen geht gleich hinter uns ja ja die sind ziemlich nah gleichfalls so abgehängt tschüss nein lasst mich doch einfach in ruhe ah die anderen sind ja boah zu mir ja dann geh zu denen ich seh auf jeden fall die anderen naah na jetzt geht die echt auf mich warum geht denn alle auf mich alter es ist 2 gegen 2 gegen 1 und alle gehen auf den einzelnen natürlich nicht geht doch aufs feierteam das so viel besser ne braucht ihr überhaupt nicht die sind ja jetzt hier alle lasst mich also jetzt ne greif dir an greif dir sofort an da ich hab doch voll verzaubert den Eisenmustuch wollte die haben friedensangebot ne war spaß alles hätte ich nicht gemacht lol was ist das denn für ne ey da in Leon habt ihr hier die Zuckerrohr angebaut oh ja ja ich hab noch nie so ne quelle an Zuckerrohr gesehen ne ne ahnung schuss hier finden wir auch Lennart stimmt der ist ja auch noch drin hab ich voll vergessen voll Lennart ist noch stimmt ja aber das heißt der ist ein bäum mal weißt du ich äh soll ja also wieso ja wir sehen die anderen nicht mehr ich mal langkabel dann spätestens äh da sind die doch da sind die doch hinter dem Baum verschwinden weiß ich auch wo wir mich finden was 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 hast du gesagt Tobias hier irgendwas ne keine Ahnung danke für die Einladung ist dankeschön jo ist ne Auffangungs ach was was denn ist egal ne ist egal die sehen mich immer wenn ich denen hinterherlaufe und der Bogen ja was soll ich denn machen ich kann ja nicht einfach nix machen ja tschau viel spaß ja was ist denn produktiv ja was soll ich denn sonst machen irgendwas muss ich ja machen wenn ich euch hinterherlaufen kann ich vielleicht wen abstecken möchtest du mich die Tür zu machen Tobias hm ich hab dich ich hab dich verabschiedet tschüss viel spaß hab ich gesagt ok lass uns durch den Dschungel da rüber guck mal durch den Dschungel die sind da die sind da what the fuck ja wir haben euch total verloren das hab ich alle verloren ich hab wenigstens die ganze Zeit Leon und Daniel im Blick ich hab auch genug Holz dafür 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 aber ich frage jetzt möchte ich würde ich jetzt tatsächlich zuerst gegen mehr die trauen sich halt nur gegen den Einzelnen alle trauen sich halt nur gegen den Einzelnen zu gehen wir wollten sie irgendwie ja das stimmt ja ihr wollt mich umklatschen ja das stimmt gut krass ich hab dich ok oder auffällig mit mir zu keiner haha nein kein hochstacken Leute das ist ab jetzt ne Regel bitte ne nicht hochstacken und dann die leer letzte Runde das ist scheiße das ist wirklich ok ne ich wollt's nur sagen ich wollt's nur sagen da ist die Bombe survival survival tü 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 what wir sind jetzt da hin gekommen nein nein eigentlich wär's am besten vom Zweiteam jeweils erstmal ein Spieler auszuschalten und dann weg zu rennen super dude ein Fuchs bin ein Fuchs bin ich das heißt ich würd erst wenn ich die erste Karte ausschalte wobei dann hab ich das Equip von ihm guck mal wie viele Tiere hier sind jetzt sind die schon wieder weg hä? wo ist denn die denn 10? ich hab schon 2 ich hab schon 3 ich hab schon 3 ey ich seh keinen mehr ey wo seid ihr denn alle hast du ein bisschen Kohle ok einer von uns sollte das machen nicht beide ähm geh du Wache was machst du denn grad Daniel rausgetappt? ok macht seine Makros Makros weil ja darf ich denn theoretisch angreifen wenn du rausgetappt bist? ja das ist klar du bist ja auch dein teammate lass doch einfach hier rüber weil ich so ich hab nicht mehr so viel hast du noch was? kein 2 beim 2 du mieser du mieser komm schon ich hab 4 Level das nach wow what oh was war denn nein nein du bist so ein ey du hast dich immer wieder bewegt ich hab gewartet dich anzugreifen jetzt hat der Augen noch Ich bin aber weggeraten, also so ist es ja nicht. Oh nein, Lert, bist du. Genug. Das Problem ist, du hast ja gleich deinen Vorteil zu ziehen. Weil du kannst dir mit dem Fläche-Shack genauso viel Schaden machen wie wir zu zweit. Ne, nein, ihr macht ja doppelt so viel Schaden, wenn ihr doppelt so schnell schlägt. Nein, du bist ja rot. Ich bin ein bisschen Farone-I, weil Lennart so lacht. Ne, aber guck mal, ist ja Cooldown. Total krass, der Cooldown. Das ist genau so lang, als du dann drauf bist. Nein, nein, wirklich nicht, nicht ansatzweise, wirklich nicht. Doch. Nein, auf keinen Fall. Ich bin ein bisschen Farone-I, weil Lennart so lacht. Richtig, wie Schaden macht er schwer? Äh, 8,5. Na, er hatte sich auch Reis. Ja, ne, Lanz hatte auch noch. Ich glaube, ich habe auch in Lava gestellt. Ja, das hat zwei Herzen. Ich auch, ich habe noch 10. Gut, dann untermachen wir das. Puh, so. Du hast mir genau in den Moment das Schild gegeben. Das stimmt, das habe ich extra, genau als Leon das Schild ausgerüstet habe, habe ich euch beide Lava gestellt. Äh, Holz habe ich noch dafür. Ne, 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 darum geht es nicht. Ich will, äh, eine bessere Sicht. So, wie sieht es aus? So. Und der hat einen Tech-Chap-Mack, der hat nicht immer gesichert. Ja, der hat einen Tech-Chap-Mack. Ja, ne, eigentlich nicht. Ich habe eure Namen eigentlich, die, ich habe euch echt kurz verloren. Rekade, äh, Lennart. Achso, ich warte dich mal, es wird Täter auf, wenn du das Gott nicht brauchst. Ich habe keinen Offen. So, dann, warte mal. Geht alles so. Ja? Ne, ich habe Steine. Oh. Warum weißt du das, Lennart? Sind da auch weiße Birken? Also, okay, dann weiß ich, wo du meinst. Okay, theoretisch ist ja nicht verboten, dass wir zusammenarbeiten, wenn ich jetzt brauche. Weil, weiß ich nicht. Ich habe hier oben das Deck. Siehst du, da oben ist Kobbel. Mikado. An dem Baum, dem Dschungelbaum, ist Kobbel. Dschungelbaum? Hä? Lennart, die können ja gar nicht da sein. Schaust du das? Dschungelbaum? Weiß nicht, jetzt noch nicht. Guck mal hier, in die Richtung. Oh. Ja. Einen, der ist des Kobbel. Ja. Dschungelbaum, vielleicht noch mal. Der ist da hoch. Das würde ich Lennart zutrauen. Er hat sich nicht hochgezogen. Ich würde sagen. Ähm. Ich glaube, der ist der beste Sprich. So. Ja, weil ich hätte auch noch ein anderes. One on two on one. Ich sehe, Lennart. Ne, du siehst mich. Tschüss. Ich habe euch auch gesehen, da hinten auf dem Berg. Äh, nehmst du dann das Lamm noch, oder? Äh, ich nehme das Lamm noch, ja. Dann habe ich... Ich würde gerne, ich würde allein, ich würde allein, äh, wegen dem ganzen Equip-Zeug, David und Riccardo als erstes töten, habe ich wieder im Finale gegenlerkt. Weil wir weiter alleine waren, quasi. Wobei, ich hatte noch ein Teammate, der mit gefarmt hat, zumindest. So. 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 Ich brenne da noch. Geht's weiter. Nein. Weil das könnte... Lennart könnte... Nein. Also wir müssen da jetzt nicht um den Tink gehen. Können auch... Hast du Eisen? Dann lass uns Gravel suchen. Was? Flintenstil? Äh, ich... Ah, nee, das habe ich da gelassen. Für den Eisen und Gravel ist doch nur Flintenstil, sonst was anderes macht doch keine... Du brauchst den Flintenstil. Weiß ich nicht. Da. Ach, genau. Wollt ihr Wanderfackeln? So. Dann lass uns dahin gehen. Und dann möchte ich mir sagen, wo er das ist? Genau. Und ich habe mich tatsächlich verloren. Ich habe keine Ahnung. Ich will nicht so alleine gehen. Einmal. Einmal. Alles. Ich habe schon fertig. Und die beiden habe ich null Chance. Warte, ich habe da bewirkt. Die beiden, ne? Nur full. Ja, und? Ja, und? Ja, die wirklich full, ja? Ja, einer. Ja, aber halt, ne? Äh... Hab's dir da oder da? Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ja, eigentlich. Ich habe nichts mehr. Es dauert das. Es dauert das. Es dauert das. Ich sehe es gerade. Glaubst du Lea das echt da oben? Glaubt ihr das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre das richtig zu kämpfen später. Den würde man doch sehen. Wenn es liegt, irgendwas brennt da. Leon kann übrigens gerade theoretisch spielen. Wo ist Leon? Boah, da brennt das Pferd halt, ne? Das Arme. Rekado, komm mal da raus, weil, ne? Du brauchst keinen gebratenen Rekado. Oh. Oh. Was willst du denn, dass du das siehst? Doch nirgendwo. Doch nirgendwo. Doch nirgendwo. Das ist ja nicht so, dass das ein fetter Baum ist, der brennt. Alter. Du bist also gleich ein ganzer Dschungel. Nö. Wir haben nicht so gut. Doch, doch, doch. Da ist so viel Koppel. Moment, die größte Koppel. Wirklich. Wirklich. Ja, aber ich habe nicht so guten Staff für Rekado halt. Alleine schon. Rekado ist besser ausgerüstet als ich alleine. Äh, du hast ein bestes Pferd. Ne, das kann sein. Dafür hast du halt volle Diamantrüstung, ne? Was soll ich dagegen machen? Ne, hab ich nicht, hab ich nicht. Aber nicht. Ja, aber ich hab keinen Helm. Ja, aber ich hab keinen Helm. Jetzt geht ja nur... Ja, aber nein, ich meine keinen Diamant-Helm, sorry. Doch, 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 da ist er. Der Stack. Nö. Du hast recht. Alter. Ich dachte, nein, hochstacken. Ja, aber er stackt sich nicht hoch, er stackt sich nur lang. Doch, er hat sich ein bisschen hochstackt. Außerdem macht der Karte. Ey, du hast doch Boku. Riccardo, 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 Riccardo. Böseweg. 9. 9. Julia, Julia, geh weg. Wir tun's nicht. Ach, komm. Wir wollen die Leerheit runterschießen. Ja, okay, aber wenn Leerheit tot ist, dann hab ich ja gar keine Chance mehr. Ja. Du musst mich ja mit Leerheit verbünden quasi. Komm nicht so. Doch. Ja, komm, oh, der hat auch... Ne, hat er nicht, okay. Ja, das ist auch Optifine, das ist auch Optifine. Passt. Hä? Bisschen höher. Boah, ich guck das hier von denen zu, ey. Julian, guckst du einfach... Ja, aber... Was soll ich denn machen, wenn ich... Die sind zu zweit. Ja, ich bin auch alle. Schade. Ich sag dir, die können wir aufsammeln, die du verschossen hast. Ist echt so, könntet ihr machen. Oder Julian greift uns an. Nein, nein. Nein, nein. Danke, dass du mich zu David boostest. David, sorry, aber ich bin hinterher. Also hinterher. Leerheit, nice. Oh, 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 oh. Nein, ich bin hinterher. Was? Du alter zieht er grad so? trinken warum ist da doch nicht tot das überlebt haben david 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 herz david geht drauf ja richtig ich glaube oh nein der ist auch noch dabei alter ich zitter so ne verdient warum hab ich das verdient weil du immer keiner weg bist nein weg hier nur weil du shader und die modpack hast ähm hallo auf julian gehen ja aber du bist fuck oh mein gott wasserkämpfe sind so schluss ja gott sei dank oh ey ich hab keinen bock ricardo ist rechts der kommt gleich nein ich hab keinen bock auf diesen wasserkraft hin das poli ist ich hab keinen aber hast du mich doch das ricardo jetzt auch noch dabei ne boah alter ok lass uns auf ricardo gehen ja das heißt sie mal ricardo boah alter jemand scheiß lava liebe noch was ich weiß alter kampf ey ich will wieder vorne nicht noch mein das so unter hast du wenigstens keine goldäbذl mehr juli hab ich nicht so lange nicht mehr ich hatte z ueno zwei hertzteile dann unten im wasser und du hast doch ein halbes herz ricardo das war so knapp ich habe auch kein Lava mehr. Ich mag Wasser. Ich mag die. Das ist meine einzige Chance zu gewinnen. Ah, weil Julian ist ein Franzosen. Was ist denn unfair? Was ist das jetzt nicht unfair? Du wirst das gleich machen wie ich. Ja, ihr seid zu zweit. Na ja, mehr oder weniger. Ich bin so weit weg von Leid, ich kann ihn halt nicht beantreisen. Doch, bitte, ich mach aber nicht. Moment, warte, ich mach mal ganz kurz Game Mode. Bei Shim, sorry, habe ich vergessen. Ich bin doch schon. Bist du? Ah ja, Shim, du hast dich selbst gesagt. Tschuldigung, jetzt bin ich voll weit weg. Jetzt habe ich die verloren. Scheiße. Wo ist die hin? Ah, da hinten. Dann willst du das auch nochmal machen? Ah, da. Alter, ich muss abkürzen, um da jetzt noch eine Chance zu haben, da irgendwas mit zu mischen. Oh, Alter! Leute, ich komme abstauben. Oh, von hinten, du blöde Friede! Scheiße! Ey, ganz ehrlich. Mieser! Ey, ich konnte nicht früher, weil wir in den Kampf. Ja! Alter! Was ist denn eben? War das alles nur Schutz 1 in Tranted? Wow, du bist ja. Ja, ich bin ja. Juhu! Ey, es war aber sauknapp. War es. Ich habe zwischendurch noch ein Herz im Fluss unten. Ist so. Ey, was soll ich? Ich konnte ja wirklich nicht früher in den Kampf. Ich wäre ja sofort reingegangen, aber ich konnte nicht früher in den Kampf. Und ich habe beide angegriffen. Ich habe nicht gefokust. Ich habe nicht gefokust. Schutz 4? Alter! Wir hatten beide... Gewonnen! Jetzt gefallen wir das vor so und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Tschüss!